Hey Leute, Gaming of Cedar back am Start und zwar heute ein neues Video, ich wollte ganz kurz darauf zukommen, wollte ich die ganze Story kurz erklären. Ich habe mit meinem Kollegen Jannis, Grüße gehen raus, Link in der Beschreibung natürlich auch zu seinem Channel. Wir haben ein bisschen gezockt und dann war einfach eine Situation, wo ich richtig krass war und Digga, seht einfach selbst wie der Verlauf vom Match war. Kuss geht raus, ciao. Okay, hier Misty, wie versprochen. Hast du dich beim Busfahrer bedankt, sonst wird die Zone scheiße. Super. Mal schauen, jetzt wird sie bestimmt für die anderen scheiße. Safe, du hast dich die letzten Male nicht bedankt. Habe ich auch nicht. Deshalb hat sie auch so ab und zu mal Auge gemacht. Ja. Warum auch nicht so? Warum nicht immer? Ja, manchmal reicht halt mein Dank. Scheiße, ich bin viel zu niedrig. Wollen wir vielleicht auf das Haus hier? Ich kann. Also ich gehe kurz hier ins Haus. Lass uns bin ich am Arsch. Okay, ich gehe mal da sterben. Nein! Digga, mach jetzt kein Auge, Alter, ich ziehe direkt nach. Ja, alles gut. Sagt der jetzt gleich so, düdl. Oh, du bist ja lol. Doch, hier. Hast du einen Shotgun gefekt? Da ist nicht mal was drinne. Ich weiß. Ich schlag sie trotzdem gerne. Komm her. Na, da nicht. Ich gehe mit dem scheiß Schneemann rüber. Geh'n Shotgun. Ach, Digga, nur Müll. Da drüben ist ein Bücher. Dann beachte ich nicht. Oh, scheiße, der kommt zu dir. Ja. 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 Der war ja komplett lost. Er hat sich überhaupt nicht bewegt. Laufen, Alter. Ja, jetzt kommt halt sein Scheiß-Frei. Der zweite kommt. Hast du ihn gefinished? Ah, nee, du hast einen anderen. Schöner Headshot hier. Da kann man einfach nichts machen. Ja. Wenn du eine Pampart, kann ich die haben. Und da hat keiner. Uff. Ich mach' Tags nicht, Digga. Dann bin ich für die Salve. So, lass' direkt zum Fight hier. Ja, chill' noch, Digga. Ich will fighten. Ich will fighten. Digga, sonst... Du willst auch nicht immer direkt fighten. Jetzt will ich einmal eine schnelle Runde hier. Auf langsam machen. Ja, Digga, ich will wenigstens noch einen Pamp haben, Digga. Das ist Müll. Ohne Pamp kann ich nicht in Fight, Junge. Hier sind die überall Minis, Digga. Digga, warum ist denn hier so viele Minis? Digga, ich mach jetzt die zehnte Kiste auf. Und eine Pamp. Oh, ne Pamp. Schnauze, Digga, als wenn du wirklich noch nach einer Kiste ne Pamp tippst. Nicht mal aus der Kiste. Ja, halt's Maul. Ich hab schon sechs. Ja, jetzt krieg' ich auch Pamp, leck' mich doch am Arsch, du. So, komm. Oh, ich hab' Schüsse. Oder ich seh' sie. Ja, ich seh' auch die Schüsse. Oh, ich hab' aber noch zu wenig Matze, ich gehört. Uff, egal. Wird schon irgendwie. Oh, ich seh' ihn. Warte, ich bombardier' ihn zu. Du bist so tot, Digga. Er ist so tot. Ich hab' ihn. Ich bin auch tot, Digga. Ich geh' zu seinem Freund, ich logg' ihn runter. Bastard, Leute. Nein. Was schießt dieser Bastard auf mich, Alter? Hey, Janis, ich brauch' hier ganz dringend Hilfe. Ja. Zwei Teams. Voll. Ich glaub' sie sind abgezogen, oder? Brauchst du, brauchst du hier? Ja. Ich hab' nämlich Schild. Komm her. Zu mir. Da, kenn' dir die. Danke. Zieh' dich schnell auf, Faktzone. Na, scheiß drauf, wir müssen ein bisschen in der Zone tanken. Was? Der andere kommt, der andere kommt hier. Hier oben. Entschuld'n, Digga. Oh mein Gott, die Zone ist so weit weg. Ich hab' gar keinen hier mehr. Hatten die noch was? Ich weiß nicht. Fuck. Nee, gar nichts. Na gut, das war's. Ich such' noch einen Mad-Kid, Digga. So kann's jetzt nicht enden. Ich hab' noch eins, kann ich's noch nehmen? Nee, das schaffe ich nicht mehr. Fuck. Ja, zu knapp. Oh, da ist ne Bandage-Basuka. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm, schau' zu mir. Der King, Alter. Halt, ich hab' richtig wenig Leben. Ich dachte, das ist nicht mehr. Ich hiel' dich mit Bandage-Basuka. Na gut, das kann's nicht mehr. Na, fuck, ich hab' keinen, ich hab' grad' keinen Schuss mehr. Digga, wir schaffen's, ich hab' dich. Ich hab' noch drei Mad-Kids. Oh mein Gott. Ich hab' drei Mad-Kids. Nimm dir direkt eins. Lower, fuck. Grad' noch mal zwei Sekunden verschwendet, Digga, ich fick' mein Leben. Ist hier noch ein Boot? Oh mein Gott. Hier ist noch ein Boot. Ich lau' es einfach dran vorbei, du Loster. Geh' du, geh' du, ich hiel' dich. Ich hiel' dich und dann hiel' dich. Wo fährst du denn hin, Digga? Zones rechts. Ich bin ein bisschen lost unterwegs. Digga, da oben ist kein Wasser, du musst übers Land. Ja, ich weiß. Komm, 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 Digga. Jannis. Nein. Jannis. Du hast gesagt, ich soll fahren. Digga, es ist so knapp. Wechsel gleich Platz, nachdem ich dir den nächsten Schuss gegeben hab. Ich hoffe, du schaffst den überhaupt noch. Okay, wechsel. Jetzt Platz. Oh, fuck. Oh, fuck. Jannis, ich hab' das. Ich hab' das. Du hast es. Ja, jetzt mal richtig reinscheißen. Let's go. Okay, fahr' du. Ich muss mich nochmal hiel'n. Oh, Digga. Digga, ich hab' uns gerade so... Ah, geht auch auf dem Fahrerplatz zum Missgeburtencharakter. Digga. Digga, no joke. Ich hab's grad so gezogen, Digga. Oh mein Gott, ich hatte ein Leben. Ich hatte... Digga, das war der größte Save des Lebens. Alter. Es war wirklich ein Leben. Und noch Minis zum begrüßen. Ich hab' meine ganzen sechs Minis da liegen lassen. Oder meine zwölf, die ich hatte. Hier ist noch ein Mini. Oh mein Gott, Digga. Das war halt dieses andere knapp. Und die Zone kommt grad weiter. Halt's Maul. Digga. Ist die schneller wie wir? Bastarde. Ja, die ist schneller wie wir. Draufgeschissen. Ja, gut, ich hab' Bandage-Basuka, aber... Die hielt nicht so lange. Obwohl, ich glaub' wir sind sogar gleich schnell. Wollen wir... Nee, lass' mir im Fluss links gehen. Ja, oder nicht? Was für links mit dem Fluss? Nein! Was, nein? Oh mein Gott. Janis! So weit kann ich dich nicht hielen. Ach, deine Kondition ist voll. Ja, Digga, das schaffen wir. Oh mein Gott, Alter. Das war genug Aufregung für heute. Das war der knappeste Save des Jahres in Fortnite. Es war halt die ganze Zeit ultra knapp bei uns beiden. Ja, ja. Hast du dich grad gehealed? Nee. Hä? Ach, du bist ja außerhalb der Zone nicht, Dully. Warum bist'n du schneller wie die Zone und ich nicht? Was soll das? Digga, Alter, ich hab' fast'n Herzinfarkt bekommen. Ich hab' literally... Digga, weiß ich, ich seh' da so rechts die Mad Kids. Ich fang' an zu nehmen, seh' so... Fuck, es reicht ne Sekunde lang nicht, ne? Fuck, neben mir ist einer. Digga, was hat er denn vor? Warte, lass'n wegschlagen. Nein. Scheiß drauf. Oh mein Gott. Ich nehm' die. Beschäftige dich mal, ich muss mich nehmen. Ich weiß nicht mal, wo der ist. Ah, der kommt da. Ich geh' rein. Willst du die Sniper, die goldene? Ja. Nehm' ich. Kannst du mir die mitbringen, oder? Ja, ja. Muss ich auch rein. Nee, du musst nicht rein. Alter, Leute. Willst du auch noch ne Bandage-Basuka mitnehmen? Ja. Ist halt grad schon von Vorteil. So oft, wie wir grad angeschossen werden. Schon. War der in der Zone? Der Schuss. Ja. Ich weiß nicht, ich fragte dich Gott. Ich glaub schon. Ja, lass' hochgehen. Oh, der ist in der Zone. Hab' ihn. Kannst du Snipen und schauen, was da für Loot liegt? Kannst du Snipen und schauen, was da für Loot liegt? Blau Pump. Okay, ich geh' rein. Ja, sonst noch Metz. Ja, ich brauch' auch Metz. Ich hab' sowieso Bandage-Basuka. Ja, ich hab' jetzt auch. Hast du sie mitgenommen? Mhm. Okay, dann hieb' ich mal aus der Zone raus. Boah, der hat da auch eine Bandage-Basuka, ne? Oh, die kommt, die Zone. Ja, ja, ich schaff' das easy. Oh, er hatte ne Oak. Gold. Da vorne sind grad' geh' ich noch. Ich bin jetzt komplett voll mit Mats. Easy. Und Winnie's hab' ich auch noch mal ein paar neue. Das war gut. Gute Idee. Digga, woher sehen die mich jetzt schon wieder? Schießen die mich schon wieder an? Ja. Chillt mal, Leute. Schickt mal eure kleinen Hodensäcke. Lass' zum Loot-Drop gehen. Hinter mir auch, Yannis. Oh mein Gott, als wenn. Oh mein Gott, von hinten. Yannis, kannst du... Komm, dich sehen sie nicht. Weil die gehen sonst auf mich. Oh mein Gott, dieser kleine Huchensohn, der snipe mich von 182 Metern, Digga. Digga, snipe mein Loot ab. Ach, Digga. Ich denke, du kriegst die Karte noch. Ne, safe nicht. Ist überhaupt noch ein Restart-Land hier? Ne, ist eh nicht mehr da. Ich glaube, bei mir wird angezeigt, dass du 10 Schüsse in der Bandage so gehörst. Geh' wieder rechts, da wo du gebaut hast. Weil die snipen über ekelhaft. Die ganze Zeit snipen die. Digga. Bau doch. Yannis, was war denn da los? Digga, ich bin kein Fortnite-Spieler. Oh mein Gott. Guck mal, Sturm. Oh mein Gott, ja. 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 Wenn du als erstes in die neue Zone gehst, kannst du es schaffen. Wenn es nicht mehr leckt, musst du machen. Sonst reicht es dir nicht. Obwohl, geh' jetzt schon los. Guck' ob du jetzt schon los kannst. Bau' dich zu, bau' dich zu, bau' dich zu, bau' dich zu. Das geht nicht. Ja, bau' einfach, das wird dann passieren. Genau. Das dauert ein bisschen, bis das angezeigt wird. Bleib' einfach hier, bis eh in Tamberg. WTF, Digga. Hiel dich. Mit der Bandage. Ja, es geht nicht. Ich wollte mich vorhin schon da drinnen heilen. Es geht einfach nicht. Guck, ich schieß. Ah, jetzt geht's. Der ist auch komplett vorführend, fängt sein Vater. Aber guck, derzeit ist wieder nicht. Doch, geht doch. Da funktioniert gar nichts, Digga. Digga, du hast ja gar keine Metzen mehr. Nein, du hast alle genoffen. Du musst im Rufen. Ja, ich weiß. Ja, ich kann das nicht aufregulieren. Das hat die ganze Zeit gerade abgebrochen. Digga. Gimm' die rote Bike, oh my god. Du warst jetzt nicht. Jetzt endlich. Lauf, Lauf, Yannis. Lauf. Schieß drauf. Obwohl, ne. Ja, okay, schieß drauf. Ja, schön. Ne, ne, pisst, pisst. Ja, doch, geh drauf, komm. Du hast nicht genug Metzger. Holt ihr den Biggi und zippt ihr den rein vor ihm. Ne. Oh! Oh! Oh, yeah, oh, yeah! Flex, Flex mit deinen Bauskills. Ey, die war nicht schlecht. Aber Bruder, der 130er Headshot hat schon geschmeckt. Guck, ich hab doch gesagt, wir sollen noch ein Match machen. Super, hast du toll gemacht. Digga, was wir in dieser Runde erlebt haben, das kannst du mir nicht sagen, dass das nicht geil war. Das war absolut geil. Nee. Vielen Dank.